Ja, so, ich hoffe, wir sind jetzt schon online. Herzlich willkommen zurück, lieber Rode. Ja, Hallöchen. Auch wenn du heute leider nur kurz hier bist, heute ist wieder irgendwie der Wurm drin. So, die Mini wollte mitmachen, so, die liegt aber irgendwie flach. Jetzt fragt sie meinen Bruder, ob er nicht doch Lust hat mitzumachen. Du kannst nur eine Stunde, Gerda kommt eine Stunde später, also heute ist hier irgendwie, keine Ahnung. Dann ist wieder alles Kackes hier. Und ich muss erst mal gucken, ich war ja ein paar Mal nicht dabei gewesen, was sich hier geändert hat. Ja, soll ich dir auch mal zeigen? Das ist eine gute Idee. Komm mal mit. So, wir haben hier hinten beim letzten Mal den Boden gemacht. Ah, warte, ich bin unterwegs. Ah, ja. Den Boden haben wir hier gemacht. Schick. Noch ein anderes Muster, ne? Ja. Immer so kleinere Blumen im Prinzip. Hm, okay. Ja. Sehr schön. Dann haben wir hier hinten den Boden gemacht. Ah, okay. Und eine Kapelle. Das hat sich auch verändert hier. Ja. Und eine Kapelle ist fertig, genau. Ja. Das kenne ich ja auch alles noch nicht, genau. Ah, da auf der Decke ist ja auch was passiert. Genau, sehr schön. Ja. Dann haben wir hier so ein bisschen die Mauer weitergezogen. Ja. Sehr schön. Wo jetzt noch Boden fehlt, ist hier hinten, aber das ist rucki-zucki gemacht. Mhm. Hier fehlt jetzt noch Boden. Ja. Oh, ein bisschen noch, ne? Ja. Dann hat, ähm, Gerda hinten die, ähm, was ja du eigentlich gemacht hast, diese, diesen Bogen da oben rein. Einen Bogen oben rein? Ja, was du ja eigentlich, ähm, gemacht hast, weißt du, mit der indirekten Beleuchtung hier oben. Ach so, okay. Oh ja, das ist ja anders. Das ist ja mit zwei, ähm, Backlowstones nebeneinander. Ja, weil das ja hier etwas breiter ist als da. Ja. Okay. Sehr schön. Ja. Krass, ne? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Und was ist hier mit den Kreuzern? Ich habe gerade irgendwie eine Kreuz in der Mitte gesehen. Wofür ist das denn? Ach ja, ähm, das war noch vor meinem Urlaub. Ähm, da war ja diese, ähm, schlimme Erdbeben in Italien. Und solange wir noch keinen Friedhof haben, ähm, ja, hatten wir das Kreuz dann hierhin gemacht. Das kommt dann aber weg. Wenn der Dom fertig ist, kommt hinter dem Dom, kommt dann ein Friedhof. Ja. Und wenn irgendwelche Ereignisse sind, und ich hoffe, es werden nicht viele sein, kommt dann wie so eine Art Grabstein dann dahin. und dass dann da was passiert ist. Oder was passiert ist. Ja, okay. Ja, okay. Sehr schön. Ja. Da muss ich mal gucken hier. Mein Turm hat keiner weitergebaut, ne? So wie es ausschaut. Ne, da haben wir uns nicht dran getraut. Warum nicht? Das ist doch, das ist doch hier. Dass man auch schön weiterbauen kann. Da ist ja da oben der Turm. Da muss ich mal gucken, sonst werde ich mal, äh, hast du irgendwie was vor, ähm, brauchst du irgendwie Ressourcen, die wir vielleicht sonst sammeln, oder soll ich jetzt einfach an den Turm weiterbauen, oder was möchtest du jetzt? Weil ich gesagt habe, ich habe ja nicht ganz so viel Zeit. Ja. Das ist eine Stunde. Da muss ich ja leider, weil ich ja nachher noch Musik machen muss, ähm, muss ich ja leider dann wieder auf. Ja, leider. Ähm. Ähm, ja, ich kann dir ja oben beim Turm ein bisschen was helfen, solange. Wir müssen sowieso mal gucken, wie wir den Turm machen, weil ich habe in den Aufnahmen gesehen, das ist ja gerade alles ganz schön und gut, was ich da gebaut habe, aber der Turm muss auch wieder jetzt irgendwie weiter nach innen gebaut werden, glaube ich. Und, ähm, da weiß ich noch gar nicht, äh, ob das so alles so richtig ist, was ich da gemacht habe, im Nachhinein so überlegt. Das ist alles, ist das alles so richtig? Überlegt, überlegt. Hat die gar nicht einen Drehbaum, die haben, wenn ich hier hochgehe. So, ähm, wenn ich mir jetzt den Turm so anschaue hier, ne, so, hopps, mal hier oben drauf. So, die, ähm, die Fenster, diese, die Bögen, die ich jetzt oben drauf gebaut habe, die sind ja normalerweise vor dem Turm. Da müsste man jetzt normalerweise da jetzt hinter irgendwie, da müsste der Turm wieder weiter reingehen. Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal da hoch. Ah, 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 so, hier lang. So, also der Turm ist jetzt hier praktisch, diese Fenster, diese Fenster normalerweise, die mit diesen, mit diesen, ähm, sag mal so, diesen mit den Spitzen oben drauf, sind normalerweise vorne gelegen. Also muss der Turm normalerweise hier hinter, hier hinter wieder, ähm... Ah, okay. Oh, das wird mir noch runtergefallen. Also müsste der Turm hier hinter eigentlich wieder weiter halt eher so, weißt du? Also im Prinzip ein Klotz dahinter. Ja, genau. Weil die Fenster sind ja praktisch ja vorgelagert, mit diesen Bögen, glaube ich zumindest, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß es gar nicht genau. Boah. Dadurch, dass ich den... Die sind ja nicht drinnen, sondern, ähm, diese Spitzen, sondern die sind ja eigentlich eher so draußen, also... Habe ich noch die Bilder vom Dom? So. Ich habe noch Dings gedrückt, wo bin ich denn runtergefallen? Ups, warte. So. Ja. Ich gucke gerade, ob ich noch die Bilder habe. So, so. 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 Und da falle ich schon wieder runter. Gibt's da gar nicht. Wieder nach oben, es schneit. Wir haben ja bald Winter, nicht? Ja, hör bloß auf. Ehe. Na, jetzt drücke ich mal wieder die Taste, dass ich nicht runterfalle. Eigentlich nicht. Hä? Falsch. Mal so, so. So. Der muss eigentlich weg. Ja, ich habe keine... So eigentlich. Scheiße, ich habe keine Bilder mehr von der Domspitze. Warum habe ich die denn nicht mehr? Die ist das nicht. So. Ach, ich habe ja ein neues Handy. Hahaha. Ein neues Handy? Ja, ich habe seit August. Habe ich ein neues Handy. Ja, das hast du ja schon erzählt. Das weiß ich ja mit deinem neuen Handy. Da kann es sein, dass das weg ist. Nee. Ha. Unter Screenshots. Du musst das eigentlich sein. Ach so. So, und da drauf kommen dann... Da kommt dann nochmal eine Lagefenster, ne? Ja. Aber, ähm, wie gesagt, irgendwo muss der Turm jetzt da reingehen. Ach, das war falsch. Und, äh, weil die Fenster sind ja irgendwie davor, diese Spitzbögen mit den Fenstern. Also, muss man... Geht jetzt hier drinne praktisch der Turm als nächstes, ähm, weiter rein, sag ich mal so. Also, hier, ne? Geht das dann praktisch hier so weiter? Hm. Ne? Das ist dann praktisch jetzt hier wieder der innere... Äh. Eine, geht einen Schritt nach innen, der ganze Turm jetzt. Der geht ja auch langsam, wird er ja immer spitzer nach oben. Ich glaube, du hast gerade einen Fehler da gemacht. Ich mach keine Fehler. Zumindest sieht's von hier so aus. Guck mal eben. Ne, warte mal, da ist das. Ja, da ist ein Stein zu viel oder zu wenig. Da kann man ja nochmal gucken, wie wir das da... Wir müssen das hier sowieso ein bisschen schön machen, ne? Ja. Kann sein, dass der da weg muss, das stimmt. Da mach ich mal Erde eben. Weil, was du meinst, du meinst hier, so, ne? Ja, der ist irritiert gerade so ein bisschen. Deswegen hab ich gerade gedacht, da wär irgendwo... Ja. Du meinst hier, den weg. Ne? So. Ich hab keine Schaufel, also dauert jetzt ein bisschen. Du meintest es wahrscheinlich so. Da müssen wir sowieso mal gucken. Und da kommt man vielleicht so, so, ähm, Treppen nochmal links und rechts dagegen stellen, dass es ein bisschen spitzer wird. Ob das ein bisschen schöner aussieht. So meinst du, ne? So, genau. Wir müssen uns sowieso was einfallen lassen, wie wir das machen. So ein bisschen verschönern und, und. Aber so würde ich sagen, so ungefähr. Ne, jetzt ist der Turm ein, klotzt nach innen und jetzt geht er wieder ein Stückchen hoch. Dann kommen wieder Scheiben und dann geht er wieder hoch und dann läuft er praktisch nur oben spitz zu. Wie halt ne Kirchturmspitze ist. Mhm. Ne? So muss es normalerweise sein. Dunkel hier. Hier passen keine Kerzen hin, doch da. Oh, ich hab keine Kerzen mehr. Warte, ich mach mal. Und welche bauen? Nein, ich kann noch keine bauen. Ich mach mal Kerzen. Die machen wir nach unten und holen wir ein paar Kerzen. Ich weiß ja, wo sie sind. Yippie. Kennst du dich noch hier aus? Ja, klar. Das kann ja nur hier irgendwo sein. Da sind keine Kohle. Keine Kohle. Warte mal, Kohle ist, glaube ich, hier. Hier ist irgendwo Kohle. Kramkiste, Erde, Erde. Sand, Glas. Wo ist denn hier Kohle? Ich brauche ein bisschen Holz. Holz ist ja genug hier. Keine Stöcke. Hab ich Stöcke noch selber? Nee. Da kommen wir nämlich jetzt einfach mal hier ein bisschen Holz. Haben ja die Holzkiste. Aber wo ist hier Kohle? Wo ist denn Kohle? Keine Kohle mehr oder was? Doch, wir müssen eigentlich noch Kohle haben. Warte mal. Keine Kohle. Keine Kohle. Keine Kohle. Das wird zwar eng. Alle Kisten durch. Keine Kohle. Nein. Nein. Keine Kohle. In keiner Kisten ist Kohle drin. Ich gucke gerade mal unten im Keller. Aua. Eben war die zu Hause oder was? Ja, ich meine, ich müsste aber im Keller noch Kohle haben. Wir waren doch noch unterwegs und hatten Kohle und sowas. Gut. Ist das schon alles wieder weg? Ja, anscheinend. Das ist natürlich schlecht, wenn die Kohle mehr da ist. Warte mal. Ich gucke mir ganz schnell mal deine Mühle an, die du gebaut hast. Ich gebe mal Gas. Die ist noch nicht weiter gebaut. Boah. Ich kann ja mal trotzdem mal einmal kurz schauen. Jetzt wäre ganz schnell da hier. Und die bleibt auch nicht. Ah, das ist also die Mühle. Die sieht ja nicht schlecht aus, die Mühle. Schon mal so, wie sie ist. Aber die bleibt auch nicht so. Aber ich muss noch mal gucken. Ich habe mir ja eine Kopie hier von der Welt gemacht, ne? Ja. Und das hier ist hier alles weggekommen. Das hier, dieser Hügel hier. Was? Ja. Ich habe hier Felder hinter hierhin gemacht, ne? Ja. So eine Art Erntemaschine. Und was aber noch nicht funktioniert hat, ist, dass auch wirklich alles runterfließt. Ja. Wenn ich den Hebel betätige, dann habe ich dann hier außerhalb von der Windmühle, habe ich dann ein Loch hier reingemacht, in die Windmühle rein. So, wenn ich den Schalter betätige, dass alles in die Windmühle reinkommt direkt. Mhm. Ja. Okay. Dass dann alles direkt hier, up, hier reinkommt. Ja. Aber dafür muss das halt mit dem Redstone passen. Ich hatte es mal manuell gemacht. Das war okay. Aber mit dem Redstone, das klappt irgendwie noch nicht so. Ja, okay. Ja, gut. Und hast du noch Kohle gefunden? Ja, ich habe zwei Stacks, bringe ich mit. Okay. Das ist ja nicht mehr ganz so viel. Und Kohle gibt es ja eigentlich on must. Und trotzdem, ne? Ja. Wir brauchen auch ein bisschen, ne? Ja, dann wird noch einiges verbraucht werden. Bei Stacks kommt man nicht weit. Die ist leider so. Ich tu die mal hier rein. Ich mach mir ein bisschen was raus. So. Ach so, dann war ich auch noch im Neta, war ich. Und hab Glowstone geholt, weil wir keinen Glowstone mehr hatten. Ja. Ich frage schon, kriege ich jetzt keine Kerzen? Ach doch. Gut. Ich habe gewundert. So. Weißtex, Kerzen. Dann packe ich jetzt mal. So viel brauche ich ja nicht. Dann packe ich jetzt mal hier. Ach, ich wollte auch ein anderes Text-App-Pack mal reinmachen. So. Äh. Habe ich das hier schon? Stein habe ich noch. Stein, Ziegel habe ich nicht mal ganz so viele. Gucken, ob das geht. Haben wir hier irgendwo... Meißelten habe ich noch genug. Ich brauche noch Stein, Ziegel brauche ich noch. Nix, nix. Dafür brauche ich Stein. Ach, hier sind ja Steinziegel, jede Menge. So, nehmen wir mal zwei Stacks mit. Na, oder drei. Guck mal, wie viel ich verballere jetzt. So. Gehe ich jetzt mal hoch zum Turm. Ach so, noch Stein mitnehmen, ne? Ich habe drei Stacks mit hochgenommen erst mal. Gucken, wie weit ich damit komme. Hochstein. Mal sind drei Stacks ja nicht wirklich viel, weil man so einen Riesenturm baut. Komm, Meißhütter. Steinziegel heißen die, ne? Ja. Da sind da noch eine Kiste drin. Gemeißelt nehme ich auch mein Stack mit. Hoffentlich ist alles so richtig, was wir hier machen, da. So, dann mache ich jetzt mal da weiter. So, hier sind meine Steine. Gut, dass es wieder hell wird. So. Hm. Na? Oh, ich bin runtergefallen. Hm? Na? Das ist doch niemals im Leben mieser. Was? Niemals im Leben oder du gehst mal zum Leben? Ich habe mir mieses Textrapack eigentlich runtergeladen, aber das ist das niemals im Leben. Und da habe ich das vergessen in den Ordner reinzupacken. Weiß ich nicht? Hm. Ist das gut? Hm? Das Textrapack, ist das gut? Ja, das habe ich früher immer gehabt. Wie ist das? Ja, was ist eigentlich mit deinem eigenen Textrapack? Gibt das jetzt gar nicht mehr, oder was? Tja. Der scheint beschäftigt zu sein. Da hat der Männer mal geschrieben. Tut mir leid, ich habe momentan so viel zu tun. Und, ähm. Ja. Weil der auch mir ein Intro gemacht hat. Ja. Da habe ich eben gelesen, dass ich glaube, ich was machen wollte, weil der für dich ja ein Intro, glaube ich, stimmt. Und, ja. Deswegen muss ich da jetzt wohl noch ein bisschen wachen. Warten. Och man, ey. Ja. Ein Textrapack hätte ich sofort gerne wieder. Was ist deins, oder was? Mhm. Glaube ich dir. Das war ja auch nicht schlecht gewesen. Ah, das vermisse ich. Die Szenerkraft ist zwar nicht schlecht, aber... Ja. Gefällt dir nicht so gut. Das ist zu knatschig alles, weißt du? Das ist einfach zu bunt. Ja, das habe ich auch schon irgendwie gedacht. Hm, wenn das nicht mal ein bisschen zu bunt vielleicht ist. Nein. Ja, gut. Aber ich glaube, dann werde ich jetzt nochmal wieder reinmachen. Zederkraft. Da werde ich mit demnächst auch dieses Herbstgedöns wieder reinmachen, hat er ja. Ja. Und dann mal schauen. Ich will ja hoffen, dass der Lukas heißt, der mal wieder Zeit hat irgendwann und dann mir das Textrapack dann macht. Ja. So, ich muss jetzt noch weiter machen. Oh, hier geht die Dritte. Meine Dritte? Hm, Feuerwehr, Krankenwagen, alles ist unterwegs. Ach so. Bei dir jetzt. Ach, es schneide ich schon wieder. Boah, das ist so krass. Ey, bei uns hier, wo ich wohne, da ist momentan echt die Hölle. Und zwar haben wir einen Kunden, ne, den Namen nenne ich jetzt logischerweise nicht, darf ich ja auch nicht. Hm. Ähm, dem sein Auto ist angezündet worden. Okay. Er ist am Freitag zu uns auf den Hof gekommen. Dann eine Stadt weiter sind drei Autos angezündet worden. Ja. Und bei anderen Autos in der Stadt, die, also die eine Stadt weiter ist, ähm, ja, ist doch gut jetzt raus, denn ihr seid ein bisschen laut hier. Ähm, ähm, sind, äh, sind zerkratzt worden und Außenspiegel abgetreten und was weiß ich nicht. Ui. Ja, also hier ist, und bei den Autos, die abgebrannt sind, eine Stadt weiter ist nicht die von unserem Kunden, da gehen die sogar davon aus, dass das Flüchtlinge waren. Hm, na toll. Ja. Ich hab schon zwei Stacks Steine schon durch, du. Na mal. So, wie kann ich dir denn hier helfen? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ähm, einfach weiter hochbauen erst mal. Wir müssen mal gucken, wie wir es vielleicht eventuell verzieren noch. Ähm, ab wann fangen denn die, äh, Fenster an? Jetzt habe ich, ja, haben wir erst einmal die Höhe praktisch, äh, von den, äh, von den jetzigen Fenstern. Das ist ja praktisch hier mit vorbei, die Fenster, unter mir. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel Platz jetzt dazwischen ist, bis die neuen Fenster kommen. Dafür müsste man einfach mal eben ein Foto sehen, wie viel Platz jetzt dazwischen ist. Ne? Bis zu den, ähm, nächsten, bis zu den nächsten Fenstern. Wie viel Platz war da jetzt gewesen? Ich weiß es nicht. Ne? So, jetzt haben wir, wie gesagt, die Höhe erst einmal, siehst du ja, ringsherum. Ne? Ja. Das ist jetzt die Höhe. Und, ähm, da war wohl, da war ein bisschen was dazwischen gewesen. Und dann kommt, glaube ich, ähm, dann kommt, glaube ich, das nächste Fenster. Ich weiß nicht, vielleicht tun wir da erst einmal jetzt, ähm, gemeisterte Steine jetzt hier erst mal hin. Also, als, äh, was ich meine, ups, als, ähm, Begrenze oder so. Ja, ich gucke gerade mal, ob ich da irgendwie was auf den Bildern erkennen kann, ne? Ich weiß nicht, wie viel Platz da jetzt dazwischen ist, bis jetzt die neuen, ähm... Also, ich habe hier gerade die Spitzen. Warte, ich schicke dir das Bild einfach mal. Ja. Ähm, kann ich das, wenn ich hier drauf drücke? Senden. WhatsApp. Äh, da bist du. Ja, alle. Ich habe noch genug gemeißelte. Ich habe noch mit, ich kann den Rest machen. Ich habe das gerade mal über WhatsApp, ähm, geschickt. Ja, gemeißelt habe ich auch noch genug, noch zwei Stacks oder so. Dann wollen wir jetzt mal eine Reihe mal hier hinlegen. Weiß nicht, wie wir das jetzt am besten noch weiter verziehen. Weil das sieht auf dem Bild nämlich so aus, als ob jetzt direkt schon die nächsten Fenster kommen. Ja? Ja. Wie gesagt, ich... Ich habe es dir gerade geschickt. Ja, ich habe es gerade... Ich habe es gerade bling, bling bei mir gemacht. Bling, 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 bling. So. Ah, hier, da ist das Foto, genau. So, ob wir genau angucken. Das kommt gleich da drüber. Stimmt, hast du recht. Da ist doch noch, äh, an den Seiten sind ja auch noch so kleine Türmchen noch. Die müssen hier noch irgendwie mit eingebaut werden. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, diese Verzierungen kann man doch, glaube ich, später machen, oder? Ja, da kommt ja dieser, dieser Außenturm. Der geht ja weiter hoch. Und von da aus müssen wir praktisch dann, äh, weiter hochziehen. Das stimmt. Ja, genau. Genau. Und die kommen gleich direkt da drüber kommen die Fenster, ja? Ja, stimmt. Wir können ja diese, wir können ja trotzdem diese eine Reihe einfach mal lassen, so als, als, äh, als Deko. Und hier drauf würde ich jetzt sagen, kommen die nächsten Fenster. Ja. Machen wir die wieder in den Farben, wie du die gemacht hast. Wir können uns ja auch andere Farben ausdenken, wir müssen ja nicht alles gleich machen. Du musst ja auch wissen, ähm, das muss ja alles auf der anderen Seite auch nochmal gemacht werden. Ich mach mal ein paar Kerzen, die ist ein bisschen dunkel, oder? Hm, was für Farben können wir denn nehmen? Also, wir haben ja jetzt hier Rot, Blau und Lila. Ja. Weiß ich nicht, was meinst du denn? Ist ja, im Endeffekt ist das ja auch dein Turm. Also, ich würde sagen, dass, also ich würde schon sagen, dass wir da, oh, habe ich Erde mit, damit wir hier runterkommen, ja. Ähm, sollten da schon Farben sein, die auch irgendwie passen, oder? So, Rot, Blau und... Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, jetzt haben wir Rot, Blau und, äh, was hast du gesagt? Lila, ne? Lila, ja. Habe ich jetzt hier reingemacht, ja, die Schale, äh, die Fenster. Und, äh, es sieht ja auch nicht schlecht aus. Dann könnte man sonst, ähm, ähm, ja, oder wir nehmen das Gleiche nochmal drüber weg, ist ja auch nicht schlimm weiter, nein. Sonst könnte man auf der anderen Seite die Farben hier nochmal nehmen, ne, für hier unten. Und oben weiß ich nicht, irgendwie, was mit Grün. Was könnte ein paar dazu passen? Ja. Sonst, ähm, die gleichen, das Gleiche nochmal drüber, bloß statt Blau, Grün zum Beispiel. Was ich meine? Lila, Rot und Grün. Hier unten ist Lila, Rot und Blau und oben ist dann Lila, Rot und Grün. Zum Beispiel. Und hier hinten, bei dem anderen Turm auch dann unten erstmal wieder Lila, Rot und Blau und oben auch wieder Lila, Rot und Grün dann. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Das kann man so machen. Das können wir machen, ja. Bloß haben wir überhaupt noch genug Farben und so weiter. Also hier oben ist noch eine Truhe, ne, mit, ähm, Glas. Das hat mich da wahrscheinlich reingepackt, das ist meine Truhe, die ich hier oben hingewastelt habe, stimmt. Dann ist's her. Na, also, da ist noch Glas. Rot und Lila ist genug. Und Grün müsste man... Gehen wir das Glas mal eben raus hier. Guck mal, es sind auch noch Stickies und sowas. Violettes Glas, ja, ich hab das damals hier alles reingepackt. Ich guck mal, ob wir noch grünes Glas haben und wie viel wir noch von dem grünen Farbstoff haben, weil das wird ja aus Kaktus, ne? Ja. Aus Kaktus. Na gut, Wüste haben wir hier genug in der Nähe. Da müsste es eigentlich genug Kakteen geben, sonst zur Not. So, dann pack ich ja schon mal mit den Scheiben. Ich fang schon mal an, den Grund zu legen, wo die Scheiben hin sollen. Sondern ich hab unten angefangen mit einer Reihe... Oh, man soll mal nachgucken hier, schnell. Ja, unten hab ich angefangen mit einer Reihe Rot. Genau. Also, wir haben hellgrünes Glas und grünes Glas. Na gut. Was möchtest du haben? Hellgrün oder grün? Soll ich dir mal... Was so aussieht. Soll ich dir mal beides mitbringen? Ja, genau. Das, was besser aussieht, würde ich sagen. Passt auf, dann nehme ich mal beides mit. Ein bisschen Kaktusgrün Farbstoff haben wir noch. Ein bisschen Glas noch so. So. Ja, fängt genau auf der Ecke wieder das Glas in 1. Ich weiß gar nicht, wie viel. Na, was ist mit meiner Mors los? War das 5 Reihen oder wie viel war das jetzt gewesen? E5 Reihen. Glas, 1, 2, 3, 4, 5, ne? 5, dann hab ich hier schon mal die ersten 5. So. Wir müssen es ja an der gleichen Stelle wieder machen. Achso, ich seh das ja auch hier jetzt. Hier ist ja praktisch der Mittelpunkt. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, cool. Da hast du es ja immer abwechselnd gemacht, ne? 1, 2, was? Bei dem, du hattest ja rot in einer Reihe immer gleich. Und dann lila und blau abwechselnd, ne? Genau, und vorne ist sowieso alles rot, aber da haben wir noch letztens überlegt, ob wir nicht vielleicht, ähm, alles, äh, dass die vorne auch die Scheiben wechseln. War noch runtergefallen. Also hier nach innen darf ich jetzt nicht reinfallen, das wäre mein Tod. Ich meine, jetzt nach außen, nach innen ist ja kein Problem, warte mal. Nein. Warte, ich geh mal hier außen rum. Ah ja, 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 da lang. So. Und mach hier hinten mal das hellgrüne drauf. 2, 3, 5, 1, 2, Echt, so dicht sind sie doch zusammen auf der Ecke? Ja. Hä? Okay. Oh, runtergefallen. 5. Ach, jetzt hab ich die Silk Touch nicht mit. Oh, ich bin auch manchmal ein kleiner Vollfassen. 1, 4, 5. So, das müssen jetzt hier dann praktisch die, echt, so dicht da, man, beieinander da. Man muss ja. Komisch. Wovon das auch nicht. Ist das richtig, was ich gemacht habe? Äh, ich komme jetzt da nicht mehr rein. 2, 3, 4, 5. Das ist genau miteinander. 4, ne? 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10.